Mein Thema heute, kein Werden, kein Vergehen. Thay sagt immer auch, kein Kommen, kein Gehen. Letztendlich ist es aber für uns doch ein Kommen und ein Gehen. Denn diese Erdenzeit, die wir hier verbringen, die beinhaltet ja doch eine ganze Menge. Zum Beispiel, dass wir mit einer Aufgabe hierher kommen. Aber es sind nicht nur Aufgaben, die wir hier für uns bewältigen möchten, sondern es geht auch um ein Geben. Wir haben alle eine Menge Gaben in uns. Und das möchte ich kurz anführen, dass das so etwas Wichtiges ist, dass diese Zeit hier ein Geben und Nehmen ist. Und der Aspekt des Gebens hängt davon ab, was wir hier reingeben wollen. Um das genauer zu erfahren, ist es immer wieder wichtig, zu jeder Zeit, ob in jungen Jahren oder älter oder ganz alt, was wollen wir immer wieder in die Welt hineingeben. Wenn wir geboren werden, dann haben wir die erste Zeit Kind sein, dann kommt die Schulzeit und dann fangen wir an zu überlegen, was möchte ich denn werden. Das heißt, wir suchen uns einen Beruf, das heißt aber nicht gleichzeitig, dass wir da etwas geben. Natürlich geben wir in unserem Beruf unsere Zeit, versuchen unser Wissen einzubringen und zu geben. Aber das ist ein bisschen andere Form des Gebens, wie ich es jetzt meine. Ich meine mehr das Geben aus unserer Tiefe heraus, wo wir im Rahmen des Mitgefühls den anderen Menschen etwas geben. Zum Beispiel verstehe ich darunter, dass ich meine Erfahrung jemandem mitteile, gebe, in Form von Vorträgen oder Erzählungen, je nachdem. Oder, dass ich in ein Altenheim gehe, mich dort einbringe und gebe. Oder, dass ich auf die Nöte anderer Menschen eingehe und mir dort die Zeit nehme, sie zu verstehen, ihnen mein Ohr zu geben und auch mein Verständnis. Oder Musik zu schenken, ist etwas ganz Besonderes. Denn Musik macht sehr viel mit uns. Insofern ist das auch eine Form des Gebens, die ganz, ganz, ganz viele Menschen erreicht. Ich habe letztens erst wieder einen Artikel gelesen, was Musik wirklich mit uns macht und wie unterschiedlich Musik auf uns und unseren Körper wirkt. Zum Beispiel ist diese neue Musik, diese Popmusik, sage ich jetzt mal, und die Musik in einer bestimmten Taktform, in einer sehr schnellen Taktform, für unseren Körper gar nicht richtig aufnehmbar und erzeugt in uns mehr Aggression als Harmonie. Harmonie heißt Musik, die uns zur Seele geht, Musik, die eine friedvolle, eine harmonische Stimmung und Schwingung in uns erzeugt, Musik, die uns freudig macht. Das kann Tanzmusik sein, das kann ein Mozart sein, das können viele Formen sein, aber es ist eine andere Schwingung wie die, die jetzt in den Diskus wirklich gebracht wird. Diese Diskomusik ist eher zerstörerisch, das ist wissenschaftlich belegt und wir sollten uns wirklich überlegen, inwieweit wir unseren jungen Leuten diese Form der Unruhe, die wir ihnen damit weitergeben, wirklich fördern. Ja, so gibt es also viele Formen, wie wir geben können und da geht es auch immer wieder darum, zu schauen und kreativ zu sein, welche Möglichkeiten es alles gibt, zu geben, wie ich mich hinein schenken kann in die Welt sozusagen. Jeder Mensch, der hier geboren wird, kommt mit einem Programm auf die Welt. Das ist einfach so, wir nehmen uns etwas vor, so sagt man immer und dieses Programm enthält viele Ursachen, viele Bedingungen, viele Aufgaben. Was sind nun die Bedingungen und wovon hängen sie ab? Es heißt, unsere Seele sucht sich die Familie und den Platz aus, wo sie dem Karma und den Aufgaben gemäß diesen Lebensweg antritt. Bedingungen sind zum Beispiel, in welche Zeit werde ich hineingeboren? Ist es Krieg oder ist es Frieden? Es macht ganz viel aus. Wir Älteren, da kann ich inzwischen auch schon mitreden, die wir den Krieg noch erlebt haben, haben sehr viel mehr Ängste und Impulse aus der Kriegszeit in uns, die sich immer wieder in uns leben, wie Menschen, wie junge Menschen, die in einer friedvollen, liebevollen Zeit geboren wurden und auch aufgewachsen sind. Ich denke da immer wieder an meine Mutter, die schon zwei Weltkriege hinter sich hat, wie viel dort an schrecklichen Erlebnissen und sonstigen Erfahrungen gemacht wurden. Und trotzdem gibt es auch da immer wieder ein Vergessen, ein Entschuldigen dessen, was war vor sich selbst, für andere und immer wieder die Kraft und den Mut neu anzufangen. Andere Bedingungen sind, in welche Kultur werde ich hineingeboren? In welchen Erdteil werde ich hineingeboren? In welche Familie? Ist es eine Familie mit mehreren Mitgliedern, wie Vater, Mutter oder Geschwister? Oder werde ich bei einer alleinerziehenden Mutter geboren, wo es keinen Vater mehr gibt, warum auch immer? Ist die Familie reich oder arm? Das heißt, leide ich Hunger oder lebe ich im Überfluss? Und wie ist meine Konditionierung? Bin ich ein schwermütiger oder ein sonniger Mensch? Bin ich lustig oder habe ich körperliche Leiden, zum Beispiel Schmerzen? Oder bin ich geistig oder körperlich behindert? Das sind jetzt nur so ein paar Auszüge, woran wir erkennen können, wie viel so in unser Leben reinspielt und wie viele Bedingungen dazu beitragen, wie unser Leben verläuft. Wir hier, wie wir jetzt gerade so da sind, leben in einer friedvollen Welt, in einer heilen Welt, in einer Landschaft, die paradiesisch ist. Und so traue ich mich zu sagen, dass wir alle sehr dankbar sein müssen für das Leben, das wir hier führen dürfen. Und das ist nicht selbstverständlich, weil wir alle wissen, dass es in anderen Ländern ganz anders aussieht. Und gerade jetzt, wo überall wieder Unruhen entstehen, wo die Menschen wieder ihre Aggressionen leben, dürfen wir froh sein, dass uns das nicht erreicht hat. Wie sich so etwas immer wieder ausbreitet, wissen wir nicht. Und darum geht es auch immer wieder darum, in diesem Moment zu leben und dieses Jetzt dankbar anzunehmen, voller Freude. Auch die Gemeinschaft, was Christian heute wieder so betont hat, ist so etwas Wichtiges dabei. Wir bemühen uns darum, wir praktizieren miteinander und das finde ich wunderschön. Ich hatte gerade in der letzten Woche auch ein sehr schönes Erlebnis, wo ich gedacht habe, so könnte die Welt in Zukunft werden. Das ist so meine Vision, die ich in mir trage. Wir reden ja auch immer von einer Bewusstseinserweiterung, wie auch immer das Ganze aussehen wird. Aber es stellt sich mir so ein bisschen dar, als wenn es bei uns wie so ein Schalter ist, der umgelegt wird, wo wir alle ein anderes Zusammensein finden können. Und dieses Beispiel in der letzten Woche war für mich so etwas, wo ich gedacht habe, ja, so könnte es aussehen. Ich war in einer Klinik und da waren sieben Damen. Ich bin da reingekommen, weil ich immer wieder was körperlich für mich tue. Habe mich dann gleich an den Tisch gesetzt, wo diese sieben Damen saßen. Und wir waren gleich beieinander mit einem Du in einer Offenheit, was ich eigentlich so noch nie erlebt habe. Jeder erzählte von sich und wir waren innerhalb von ein paar Stunden wie eine Familie. Es war so etwas Außergewöhnliches, wo ich gedacht habe, guck mal an, liegt es jetzt schon an der Zeit oder liegt es daran, dass diese Menschen vielleicht schon mit sich geübt haben. Waren natürlich Therapeuten mit dabei. Aber es war so etwas von ein gegenseitiger Austausch und so etwas Erfreuliches. Wir haben dann abends auch gemeinsam Videofilm angeguckt. Diese kleine Klinik hatte so einen schönen, großen, offenen Vorraum. Da haben wir uns dann überlegt, was gucken wir uns an. Wir sind uns gleich einig gewesen. Das heißt, da war niemand, der gesagt hat, ich will den oder lieber den, sondern wir haben angeguckt, was gibt es und was davon wollen wir sehen. Und waren also sehr schnell alle beieinander. Es war einfach eine richtige Freude für mich zu erleben, wie es sein kann, wenn wir nicht die Hürde des Fremdseins und des Bewertens aufstellen, sondern sofort sagen, aha, guck mal mal, so, wie ist es denn? Und es war alles gleich von Anfang an sehr herzlich. Ja, so könnte es sein, so könnte es werden. Das liegt alles immer wieder bei uns, inwieweit wir bereit sind, uns einzubringen, einfach aufzumachen und den anderen so zu nehmen, wie er sich jetzt im Moment gibt, eben ohne Bewertung. Anhand dieser ganzen Beispiele, die natürlich noch sehr zu erweitern sind, sehen wir bereits, wie vielfältig unser Leben bedingt wird, beziehungsweise das von Geburt an bis zu unserem Ableben wir laufenden Veränderungen unterworfen sind, und zwar physisch wie auch psychisch. Unsere Körperzellen werden und vergehen und der ganze Körper ist somit in einem laufenden Wandel. Gerade Krankheit gehört mit zu diesem Prozess und macht unsere Veränderung oder sorgt auch für Veränderung. Denn Krankheit ist immer wieder eine Möglichkeit, uns zu fragen, was hat sich jetzt von unserem Seelischen her ins Körperliche manifestiert, inwieweit gibt es Dinge, die ich für mich nicht integriert habe, die ich nicht annehmen kann und die sich jetzt in meinem Körper über Krankheit ausdrückt. Das heißt natürlich nicht, dass Krankheit immer nur ein jetziger Prozess ist. Krankheit kann natürlich auch etwas Karmisches sein, aber es gibt nichts, was wir ein Leben lang tragen müssen. Alles ist Veränderung und es gibt für alles immer Möglichkeiten, es anders zu betrachten und anders damit umzugehen. Es gibt ja einige Bücher auch, die darüber schreiben, Krankheit als Chance vom Detlefsen zum Beispiel. Der Dahlke hat auch darüber geschrieben, viele andere auch. Somit können wir uns immer wieder überlegen, wie kann ich mich in meinem Denken, in meinem Verhalten so verändern, dass ich meinen Körper wieder heilen kann. Und wir wissen ja auch inzwischen aus der Forschung heraus, dass auch Gene veränderbar sind. Also es ist natürlich etwas, was wir genmäßig mitbringen, ein langer Prozess ist und meistens ein chronischer, aber nicht bedeutet, dass er nicht veränderbar ist. Ja, wie gehen wir nun mit diesen ganzen Dingen um? Und was packen wir alles in unsere Lebenszeit hinein beziehungsweise was wird uns auch hineingepackt? Es ist ja nicht so, dass wir immer entscheiden können über all das, was wir tun und lassen. Denn wir leben in einer Gemeinschaft und in einer Gemeinschaft geht es immer wieder darum, uns anzupassen, nicht unterzuordnen. Das Wort möchte ich absichtlich gar nicht benutzen, sondern ein Miteinander zu finden, wo wir uns einigen können, wo wir uns immer wieder angleichen können. Und vieles davon kann ich mitentscheiden, kann ich auch wählen, aber es gibt auch Dinge, die ich tragen muss, die ich schlecht verändern kann, mit denen ich einfach lernen muss, umzugehen. Und Dinge, denen ich ausgeliefert bin, die gibt es auch. Bei all unseren Handlungen haben wir stets mehrere Möglichkeiten, die unser Leben gestalten. Das wissen wir. Und die Palette ist groß. Diese Möglichkeiten hängen wiederum von unserem Bewusstsein ab. Das heißt, von unseren Gedanken, Gefühlen und Erfahrungen. Ich denke, viele Lebensformen, Ereignisse und Sichtweisen, Situationen, je nach Einstellung, inwieweit wir sie annehmen können oder Widerstände aufbauen, egal, worum es sich handelt, ob Krankheit, Arbeitslosigkeit oder Verlust eines Lebensmenschen. Dazu möchte ich noch mal ein Beispiel von mir bringen, aus meiner eigenen Erfahrung. Als Karl, mein Ehemann, vor vier Jahren dieses Dasein verlassen hat, war die letzte Zeit mit ihm und mein Wissen darum, dass er geht, natürlich voller Traurigkeit und Angst. Ich stellte mir immer wieder die Frage, wie geht es dann in meinem Leben weiter? Was kommt da alles auf mich zu? Und wie werde ich alleine damit fertig werden? Diese Zeit ist natürlich eine Zeit, wo wenig Freude, Übermut, Lustigkeit da ist. Es ist einfach so. Denn die Gedanken um dieses Thema füllen uns so aus, dass wir in diesem Moment wenig in der Lage sind, Schönes zu sehen oder uns gar schon mit der Zukunft zu beschäftigen. Da liegt schon ein ziemlicher Schatten drüber. Aber es geht darum, diesen Schatten letztendlich abzubauen und zu sehen, dass danach auch wieder eine Zeit sein kann, die voller Freude sein kann. Und dass wir dann nicht in eine Traurigkeit, in eine Depression fallen, die uns die Zeit danach dann nicht mehr, wo wir keine Freude mehr aufbauen können, wo uns das Leben nichts mehr zu geben und zu bieten hat. Ich erlebe das immer wieder. Ich habe das auch jetzt in der Woche erfahren von einer jungen Frau, die ihren Partner verloren hat, wie nachhaltig dieser Tod auf sie gewirkt hat und wie schwer sie sich das Leben damit gemacht hat. Es ist natürlich ein Unterschied, ob wir jemanden länger begleiten oder ob ein Mensch plötzlich durch einen Herzinfarkt aus dem Leben geht. Da muss man wohl einen Unterschied machen und dass dann die Zeit danach immer schwieriger ist, wie wenn ich jemanden eine Zeit lang begleitet habe. In dieser traurigen Zeit gab es natürlich auch andere Stimmen in mir, die mich stärkten, wie zum Beispiel und das schaffe ich schon. Ich habe diese Zeit jetzt so, wie sie ist und ich nehme sie an und ich habe auch viel Vertrauen aufgebaut. Ja, Vertrauen, dass er mich letztendlich in mir weiter begleitet und auch das Wissen um die vielen Freunde, die ich habe. Es war nicht einfach, aber ich habe mit seiner in Anführungsstrichel und mit der Hilfe von Freunden mein Leben neu gestaltet und bin jetzt voller Dankbarkeit und Freude, so kann ich es wirklich sagen. Ein wichtiger Punkt war auch die Zeit, die ich hatte, um mich von ihm zu verabschieden. Das ist es, was ich gerade betont habe, wenn jemand plötzlich geht, dann habe ich keine Zeit, mich zu verabschieden. Das heißt, ich muss das dann alles nachher machen, muss das mit mir oder in einem Seminar verarbeiten. Dieses Verabschieden war nochmal gegeben durch die drei Tage, wo Karl in unserem Haus aufgebahrt war. In der Zeit war ich natürlich auch mit meinem eigenen Tod konfrontiert, automatisch, denn wenn man einen Menschen immer wieder so tot erlebt, dann kommt auch die Frage, wie ist das bei mir und wie werde ich mit meinem Gehen zurechtkommen. Dieser tote Körper hat mir nie Angst gemacht, ganz im Gegenteil. Ich empfand die Situation eher als einen natürlichen Prozess des Kommens und Gehens. Also ich konnte das ganz gut für mich einordnen und dadurch konnte ich ihn auch gut gehen lassen in dem Wissen, dass unsere Verbindung weiterhin bestehen wird. In dem Thema kein Werden, kein Vergehen stecken auch die drei Gewissheiten, nämlich Krankheit, Alter und Tod und all diesen Dingen bin ich unterworfen. Und dann stecken auch die drei Dharma-Siegel da drin, nämlich Nichtdauer, Nichtselbst und Nirvana, die letztendliche Dimension der Wirklichkeit. Tai sagt, wenn sie die Natur von Nichtdauer, Nichtselbst und Intersein gründlich erfassen, das heißt also, wir sie gründlich erfassen, gelangen wir zur letztendlichen Dimension zur Natur von Nirvana. Dieses Erfassen heißt, uns damit auseinanderzusetzen. Nichtdauer, Zeit wissen wir nicht, Nichtselbst haben wir inzwischen immer wieder mal angeschaut, dass wir aus so vielen Elementen und Dingen bestehen, die uns ausmacht, dass dieses Selbst einfach in uns nirgends zu finden ist. Wir fragen uns ja auch immer wieder, wer bin ich, wo ist dieses Ich, wo sitzt dieses Ich. Es ist nur ein Teil, den wir hier in diesem Leben brauchen, aber der nicht alles ausmacht. Im Gegenteil. Ich erinnere mich immer wieder dran, wie viel wir sind, wenn ich mich meine, wie viel ich bin oder wie viel in mir leben, wenn ich die Ahnenreihe anschaue, die hinter mir ist, wovon ich ein Stück bin oder die Fortsetzung bin. Das ist also unendlich viel. Krankheit kennen wir alle. Damit können wir, wenn sie nicht mit Dauerschmerz verbunden ist, einigermaßen umgehen. Mit dem Alterungsprozess ist es schon etwas schwieriger, wenn ich höre, wie viele Milliarden Euro für Kosmetik, Verschönerungen und Verjüngungskuren ausgegeben werden und dass dies zur Zeit weltweit die größte Einnahmequelle ist, dann wird mir auch gleich bewusst, wie gut es uns allen hier geht, wenn wir dafür so viel ausgeben können, wenn dafür auch die Zeit ist. Für mich ist inzwischen die Vergänglichkeit auch ein Thema geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor ein paar Jahren habe ich noch gesagt, Alter, kein Thema, werde ich nie was mit zu tun haben. Ist nicht mehr ganz so. Erst letztens, nachdem ich eine neue Sicht bekommen habe durch eine Augenoperation, war ich einigermaßen überrascht, als ich mich im Spiegel angeguckt habe und meine vielen Fältchen so augenscheinlich direkt vor mir oder mir gegenüber waren, habe ich gar nicht so bemerkt vorher. Aber dem ist so. Also es ist so, dass meine Augen nicht mehr so gut sehen, meine Kraft und Energie lässt nach, ich werde in allem langsamer, der Körper verändert sich und ich tappe mich bei der Frage, kann ich das alles so annehmen? Und inzwischen, wenn ich so ganz ehrlich mit mir bin, muss ich sagen, nicht wirklich. Also dieses Thema beschäftigt mich jetzt schon auch. Was ich früher immer so locker vom Tisch gefegt habe, mir dachte, wird für mich nie ein Thema. Ist nicht ganz. Aber es gibt natürlich auch schöne Seiten des Älter Werdens. wie zum Beispiel ich bin geduldiger, ruhiger, gelassener, erlebe das jetzt bewusster, habe mehr Freunde, Verständnis und Mitgefühl. Und ich kenne viele ältere Menschen, die trotz Alter und Krankheit eine Lebendigkeit mit einem sprühenden Geist und Freude ausstrahlen, dabei liebenswert sind, dass ich was hast du eigentlich ist faszinierend. Meine alte liebenswerte Freundin Gertraud Gober ist für mich zum Beispiel ein großes Beispiel, wie gut die Frau in ihrem Alter nicht, ich möchte nicht sagen aussieht, weil natürlich hat sie auch ihre Falten, aber wie ihre Ausstrahlung noch ist, wie sie rüberkommt, wie sie lebendig ist, wie sie sie wird jetzt 90 in diesem Jahr immer noch all ihre Gäste begrüßt und da ist und immer noch Einweisungen gibt, immer noch Vorträge gibt, ja und da spielt das Alter überhaupt keine Rolle, sondern ich sehe sie in ihrem Ganzen, in ihrer Lebendigkeit, auch in ihrer Schönheit, die auch im Alter noch da ist und das ist schon was Großartiges, das heißt also, wir müssen gucken, dass wir lebendig bleiben, auch wenn wir älter werden, natürlich wird alles ein bisschen langsamer, aber darf doch auch und ich denke immer wieder an Tai, wenn er sagt, je langsamer wir werden, umso achtsamer werden wir, das ist wirklich so, das habe ich ihm auch immer nicht geglaubt, weil ich so viel Freude an meiner Schnelligkeit, an meiner Beweglichkeit hatte, an meinem Rennen hatte und wenn ich ihm das so gesagt habe, dann hat er mich immer angeguckt und hat nur geschmunzelt, wahrscheinlich würde er sich gedacht haben, naja, es dauert noch ein bisschen, aber irgendwann wirst du das auch für dich erkennen, ja, das ist tatsächlich so, je langsamer wir werden, umso achtsamer werden wir auch und sehen viel eher die Blümchen an unserem Weg rannt frühe rannt früher bin ich durch meine Berge gerannt voller Freude natürlich dass ich in zweieinhalb stunden über einen breiten stein oben sausen konnte heute freue ich mich wenn ich überhaupt noch raufkomme und wenn ich dann langsam gehe Schritt für Schritt und sehe wie schön so alles rund rum ist die Blümchen die schon blühen egal zu welcher Jahreszeit jetzt geht es schon los wenn die ersten Sonnenstrahlen kommen und die Leberblümchen schon so hübsch blau unter den Bäumen unter diesem Laub vorschauen dann ist es auch was wunderbares und der Genuss ist mindestens so groß auch wenn ich etwas langsamer und später auf den Berg komme ja nicht Dauer nicht selbst Nirvana das beschreibt der Teil sehr klar mit dem Beispiel schwimmen wir in einem Fluss in dem wir gestern schon geschwommen sind so ist dieser heute nicht mehr der gleiche er ist der gleiche und doch nicht denn das fließende Wasser ist nicht das gleiche von gestern ebenso ist unser selbst von gestern nicht mehr das von heute denn alte zellen sind gestorben neue sind entstanden die gedanken und gefühle haben sich auch verändert nicht selbst bedeutet zugleich leerheit das heißt es ist kein eigenständiges selbst vorhanden und keine unabhängige identität sondern intersein und dieses intersein müssen wir uns wirklich jede stunde sage ich jetzt mal nicht jede minute aber jede stunde immer wieder bewusst machen wir sind mit allem verbunden wir sind von allem ein teil von der natur von unserem gegenüber von den pflanzen von den tieren von allem alles was da draußen ist ist auch in uns und umgekehrt trismegistus sagt wie oben so unten wie innen so außen alles auf der welt im kosmos und auf der erde ist ein ständiger prozess des werdens und vergehens und letztendlich kein kommen und kein gehen kein vorher und kein danach danke euch ein sein im augenblick in dem ich sterbe will ich versuchen zu dir so schnell ich kann zurückzukehren ich verspreche es dauert nicht lang stimmt es nicht dass ich bereits jetzt bei dir bin da ich jeden augenblick sterbe jeden moment kehre ich zu dir zurück schau nur hin und fühle meine anwesenheit wenn du wenn du weinen möchtest so weine nur und du sollst wissen ich weine mit dir die tränen die du vergießt werden uns beide heilen deine tränen sind auch meine die Erde auf der ich heute morgen gehe transzendiert die Geschichte frühling und winter sind beide da in diesem augenblick das junge und das abgestorbene blatt sind wirklich eins meine füße berühren todlosigkeit und meine füße gehören dir geh jetzt mit mir lass uns eintreten in die dimension des eins seins und den kirschbaum im winter blühen sehen warum sollten wir über Tod sprechen ich brauche nicht zu sterben um wieder mit dir zusammen zu sein